Die Grundlagen der virtuellen Speicherverwaltung sind aus einem vorangegangenen Video ja bereits bekannt. Hier geht es nun darum, wie die Memory Management Unit mit Hilfe einer einstufigen Seitentabelle die Umrechnung einer virtuellen in eine physikalische Adresse vornimmt. Jeder auf dem System gestartete Prozess besitzt seine eigene Seitentabelle. Wenn also der Prozess A auf der CPU ausgeführt wird, so liegt seine Seitentabelle als Datenstruktur irgendwo im physikalischen Hauptspeicher. Ein spezielles Register auf der MMU, das sogenannte Seitentabellenregister, verweist auf den Beginn der Tabelle. Um den Aufbau einer einstufigen Seitentabelle verstehen zu können, führen wir zunächst einige grundlegende Berechnungen durch. Gehen wir davon aus, dass in unserem Rechner ein physikalischer Speicher von nur 512 MB eingebaut ist. Gehen wir weiterhin davon aus, dass jedem Prozess ein virtueller Speicher von insgesamt 4 GB zugeordnet ist. Besitzt ein Seitenrahmen und damit auch eine virtuelle Seite eine Größe von 64 GB, so ergibt sich, dass der physikalische Speicher in insgesamt 8192 Seitenrahmen unterteilt wird. 8192 entspricht der Zweierpotenz 2 hoch 13. Der virtuelle Speicher von 4 GB für jeden einzelnen Prozess lässt sich ebenso aufteilen. Hier erhalten wir 65.536 virtuelle Seiten, das entspricht 2 hoch 16. Ebenfalls aus einem vorangegangenen Video wissen wir, dass im RAM jedes einzelne Byte adressiert werden kann. Bei 512 MB RAM kann man also über 500 Millionen Byte unterscheiden. Genau sind es 2 hoch 29 Byte. Der virtuelle Speicher von 4 GB entspricht über 4 Milliarden Byte. Exakt sind es 2 hoch 32. Rechnen wir nun noch die 64 GB eines Seitenrahmens bzw. einer virtuellen Seite in Byte um, so ergeben sich 65.536 Byte, also 2 hoch 16. Jetzt können wir leicht die Adresslängen der physikalischen und auch der virtuellen Adressen bestimmen. Bei den virtuellen Adressen beträgt die Adresslänge 32 Bit. Und diese 32 Bit lassen sich aufteilen in 16 Bit für die adressierte virtuelle Seite sowie 16 Bit für die adressierte virtuelle Speicherzelle innerhalb der betrachteten Seite. Die physikalischen Adressen sind kürzer. Sie haben nur eine Adresslänge von 29 Bit. Diese 29 Bit teilen sich auf in 13 Bit für den adressierten Seitenrahmen sowie wieder 16 Bit für die adressierte Speicherzelle innerhalb des adressierten Seitenrahmens. Die MMU muss also aus einer 32 Bit langen virtuellen Adresse eine nur 29 Bit lange physikalische Adresse berechnen. Dazu kommt nun die einstufige Seitentabelle ins Spiel. Die Seitentabelle besitzt für jede virtuelle Seite genau eine Zeile. Wir benötigen für 65.536 virtuelle Seiten also auch 65.536 Zeilen. Die jeweils benötigte Zeile wird durch die ersten 16 Bit der virtuellen Adresse identifiziert. Innerhalb dieser Zeile finden sich nun folgende Informationen. Zunächst gibt es das sogenannte Present Absent Bit und dieses gibt Auskunft darüber, ob die angesprochene virtuelle Seite momentan in einem physikalischen Seitenrahmen eingelagert ist oder nicht. Bei einer 1 ist sie eingelagert, bei einer 0 befindet sie sich derzeit ausgelagert auf einem Hintergrundspeicher wie beispielsweise der Festplatte. Gehen wir davon aus, dass die gewünschte virtuelle Seite derzeit in einem physikalischen Seitenrahmen eingelagert ist. Dann gibt ein weiterer Wert innerhalb dieser Tabellenzeile an, in welchem Seitenrahmen die Seite abgelegt ist. Die MMU muss also bei der Adressumrechnung lediglich die ersten 16 Bit der virtuellen Adresse durch die 13 Bit ersetzen, welche auf den Seitenrahmen verweisen. Die zweiten 16 Bit der virtuellen Adresse werden ohne Änderung in die physikalische Adresse übernommen. Dies macht Sinn, denn die Nummer der adressierten virtuellen Speicherzelle entspricht exakt auch der Nummer der Speicherzelle innerhalb des physikalischen Seitenrahmens. Dies ist eine direkte Folge der Definition, die besagt, dass eine virtuelle Seite immer exakt die gleiche Größe wie ein physikalischer Seitenrahmen haben muss. Die Umrechnung von virtuellen in physikalische Adressen ist damit nicht schwer. Betrachten müssen wir aber noch den Fall, bei dem eine benötigte virtuelle Seite nicht im physikalischen Hauptspeicher eingelagert ist. Das heißt, das Present Absent Bit hat in diesem Fall den Wert 0. Damit auf diese virtuelle Seite zugegriffen werden kann, muss sie zunächst vom Hintergrundspeicher, üblicherweise also von der Festplatte, in unseren Hauptspeicher kopiert werden. Darum kümmert sich ein anderer Mechanismus des Betriebssystems. Die MMU zeigt diese Notwendigkeit lediglich an durch die Generierung eines sogenannten Seitenfehlers oder auf Englisch eines Page Falls.